Ja, bei mir muss einfach das alles drum herum stimmen. Die Mannschaft hat eine Riesenqualität. Das Drumherum mit den Fans, auch die Stadt, hat einfach sehr viel Emotionales. Hier passt einfach alles vom Fußballerischen her. Es ist einfach ein Club mit auch sehr viel Tradition. Und ja, ich liebe sowas einfach und deswegen finde ich es einfach geil, hier spielen zu dürfen.